Und weiter geht's mit Radikal. So, Radikal. Könnt ihr ja so nennen, wie ihr wollt. Also mein bisheriger Rekord liegt bei 14. Oh, haben wir fast getoppt, aber nicht wirklich. 11 hatten wir. Probieren wir das einfach nochmal. Alter, das läuft. Das läuft. Ah, 15. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Rekord am Start. Aber naja, so doll besser war es dann doch nicht. Will ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen toppen. Ey, achte nur. Ihr müsst auf jeden Fall mal gut durchziehen, wenn ihr dann eine weite Strecke mit eurem Pfeil nach rechts zischen müsst oder so. Müsst ihr auf jeden Fall mal gut auf die Pfeile drücken. Auf jeden Fall von der Steuerung her ist es extrem cool, muss ich sagen. Spielt sich auf jeden Fall super. So. Oh. Nein. Oh, da haben wir noch geschafft. 20. Richtig geil. Ist ja wohl der absolute Kracher. Gut, wie ihr sagt, mein Rekord liegt bei 20. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch mal bis Danzen. Ciao. 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 Ciao.